Die DHV News vom 14. Mai 2021 GMM – Echte Hanf-Demos am Wochenende BTV21 – Cannabis im SPD-Wahlprogramm Herzlich willkommen bei den DHV News. Der übliche Hinweis vorweg wegen Feiertag drehen wir mal wieder mittwochabends schon. Alles, was nach Mittwochabend passiert ist, kann nicht in diesen News enthalten sein. Wundert euch nicht, wenn hier super aktuelle Nachrichten fehlen. Außerdem haben wir diese Woche ein Video zwischengeworfen für euch. Ein kleiner Aufruf, ein kleiner Geschmackmacher für den GMM Global Marihuana-Marsch mit ein paar Bildern aus den Vorjahren. Denn morgen geht es wieder los, Samstag. Also morgen im Sinne von Freitag wird ja das Video hier released. Jetzt bei mir ist natürlich Mittwoch. Aber eigentlich, wenn es online geht, ist es Freitag. Und morgen sind dann die Demos Samstag. Samstag, 15. Mai, mit anderen Worten, geht es los. Da steigen Global Marihuana-Marsch-Demos. Und zwar echte, nicht so Online-Veranstaltungen oder so, sondern richtig in der Stadt mit Demonstrationszug und Plakaten und Transparenten und so weiter und so fort. Klingt ein bisschen merkwürdig in den heutigen Zeiten bei Corona. Und manchmal denkt man so, okay, nicht, dass man da verwechselt wird mit diesen ganzen Corona-Leugnern und so weiter, die da irgendwie vielleicht noch gewalttätig werden oder so. Aber nein, ich weiß ja ganz genau, die Hanf-Demos sind immer friedlich und anständig. Und das genaue Gegenteil von Corona-Demos, weil Cannabis-Legalisierung, die Forderung ist faktenbasiert, wissenschaftlich grundiert sozusagen. Insofern ganz was anderes. Und ja, die Zeiten werden ja besser. Wir sehen jetzt die Kurven nach unten gehen. Die Impferei geht vorwärts und so. Und es sind hoffentlich erst mal die letzten Demos, die beeinträchtigt werden, noch von den Corona-Regeln. Ihr seid also die Speerspitze eines neuen Lebensgefühls. Da macht es gar nicht doppelt Spaß, für die Legalisierung auf die Straße zu gehen. Aber vergesst nicht, noch ist die Pandemie nicht vorbei. Haltet Abstand. Haltet euch an die Ansagen vor Ort, an die Regeln. Fahrt mit Maske dahin und so weiter und so fort. Ja, und dann bleibt ihr gesund. Und wir können alle nächstes Jahr richtig groß aufschlagen in noch viel mehr Städten mit noch viel mehr Leuten und so weiter und so fort. Und vielleicht können wir dann ja sogar noch nach der Bundestagswahl dann den Abschluss der Union feiern. Dann werden die GMMs nochmal dreimal so groß, wenn dann noch der richtige Cannabis-Beschluss dazukommt. Und nach der Wahl mal sehen. Jetzt aber erstmal die ersten Städte, neun Städte, die jetzt wieder am Start sind. Und da sind seit letzter Woche noch zwei dazugekommen, Halle und Tübingen. Es geht also los, Samstag, 15. Mai in Halle, Tübingen, Nürnberg, Frankfurt, Heidelberg, Braunschweig, Duisburg, Regensburg und Karlsruhe. Wer da irgendwie einigermaßen im Einzugsgebiet ist und da irgendwie hinkommt und Lust hat, mal wieder die Nase rauszustecken an die frische Luft und so weiter, möge doch da hinfahren. Infos dazu auf der DHV-Seite, Link in der Videobeschreibung. Cannabis ist Wahlkampfthema. Das Ziel hatten wir uns ja beim Handverband gesetzt für dieses Jahr und wir haben es praktisch schon erreicht. Reihenweise werden jetzt gerade Wahlprogramme beschlossen, die Medien berichten. Und ja, bisher waren immer nur die Entwürfe der Wahlprogramme irgendwie, die rumgeisterten schon von wegen. Da waren schon Diskussionen im Netz, Social Media und so. Da steht aber dieses, steht jenes und so weiter. Wir warten erstmal, bis das Ganze beschlossen wird. Und jetzt ist es soweit. SPD und Linke haben letztes Wochenende nicht nur ihr Spitzenpersonal, ihre Wahlkampfzugpferde gewählt, die Personen, die da voranschreiten sollen, sondern auch ihre Wahlprogramme. Bei den Linken habe ich da noch nicht reingeguckt. Wir werden euch das sowieso alles nochmal genau auseinanderdröseln und genau vergleichen und so weiter wie immer. Und noch mehr als sonst bei der Bundestagswahl, mehr als bei den Landtagswahlen. Ist ja klar, ganz große Sache. Aber bei den Linken, ja, gehe ich mal davon aus einfach, dass da glasklar die Legalisierung von Cannabis drinsteht. Ohne Zweifel, da geht es dann eher bei Linken und Grünen um diverse Details. Ja, haben die Führerschein erwähnt, haben die Eigenanbau erwähnt und so. Aber jetzt gucken wir erstmal nur auf die SPD, weil das fand ich besonders spannend. Die sind da am ehesten noch im Transformationsprozess, da sind Veränderungen zu erwarten gewesen. Und auch der erste Entwurf für das Programm war ohne Cannabis, der zweite war mit Cannabis. Und jetzt ist halt verabschiedet. Und da muss man sagen, das ist ein Meilenstein für die SPD, was da am Wochenende verabschiedet wurde. Auch wenn die Partei knapp einer Legalisierungsforderung vorbeigeschrammelt ist, muss man wohl leider sagen. Und es hat ewig gedauert. Und auch das ist so eine Sache. Ich habe mir gerade eben vor der Sendung hier, vor der Aufnahme nochmal unsere Videopetition an die SPD angeguckt. Sommer 2018. Schickes Video war das. Da haue ich auch mal in die Videobeschreibung rein hier. Da ging es eher noch darum, dass wir die SPD-Bundestagsfraktion aufgefordert haben, einen Beschluss zu fällen, wie sie jetzt zu Cannabis stehen. Das ist dann auch passiert. Letztes Jahr dann, 2020, da gab es dieses Positionspapier der Bundestagsfraktion. Aber die Partei selbst hatte keinen Beschluss. Was ja auch ungewöhnlich ist. Eigentlich muss die Partei erstmal so die grundsätzlichen Regeln oder Marschrichtungen der Politik festzuchen. Ja, wo will die Partei eigentlich hin? Dann werden die gewählt und dann schicken ihre Abgeordneten einander das Programm umsetzen. In dem Fall war genau umgekehrt. Die Bundestagsfraktion hat im Prinzip ein Cannabis-Programm aus lauter Not irgendwie beschossen, weil die blöde Partei nicht geregelt kriegt, denen irgendwas vorzugeben. Naja, okay. Jedenfalls hatten die dann den Beschluss. Und siehe da, jetzt ist es eben soweit. Die hatten sogar nachgefragt, nach dem Beschluss der Fraktion bei der Partei, wie es jetzt aussieht, ob da nicht auch irgendein Beschluss ist. Wenigstens ein Vorstandsbeschluss. Da gab es doch Gerüchte von SPD-Spitzenleuten, die angeblich dabei waren im Vorstand, als ein Cannabis-Beschluss gefällt wurde. Da verlinke ich euch auch noch ein paar Interviews. Da waren wir auch beim Bundesparteitag der SPD, haben da Leute interviewt und so. Die einen haben gesagt, ja, es gibt einen Vorstandsbeschluss. Die anderen haben gesagt, nö, gibt es nicht. Also es gab keine offizielle Beschlussfassung der Partei in keiner Weise bisher. So, und jetzt haben sie abgeschlossen und abgestimmt. Und ich zitiere mal den entscheidenden Teil. Eine regulierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene soll in Modellprojekten von Ländern und Kommunen erprobt werden können, begleitet durch Maßnahmen der Prävention, Beratung und Behandlung im Jugendbereich. Zudem werden wir bundeseinheitlich regeln, dass der Besitz kleiner Mengen von Cannabis strafrechtlich nicht mehr verfolgt wird. Also, Kerne der Sache ist bundesweit einheitliche Entkriminalisierung der Konsumenten und kommunale Modellprojekte zur Cannabis-Abgabe an Erwachsene. Und das sind auch die beiden Kernforderungen im Positionspapier der Bundestagsfraktion. Hört sich sehr ähnlich an. Aber es fallen zwei Unterschiede dann doch auf bei der ganzen Sache. Und zwar erstens im Positionspapier der Bundestagsfraktion stand auch noch ein ganz klares grundsätzliches Bekenntnis zur Legalisierung mit drin. Die wollten legalisieren, aber erst mal die Modellprojekte machen und dann nochmal Informationen sammeln, Erfahrungen sammeln, Erkenntnisse sammeln, wie man am sinnvollsten dann danach Cannabis endgültig in ganz Deutschland regulieren kann. Das findet sich so im Wahlprogramm leider nicht wieder. Also kein klares Bekenntnis zur Legalisierung wie bei der Fraktion. Muss man natürlich auch sagen, das Papier der Fraktion war auch, was weiß ich, drei Seiten lang oder so. Und hier ist eben nur ein Absatzdrogenpolitik. Die können ja heute kein Buch da verfassen irgendwie zur Wahl. Von daher kürzer. Aber ja, da sind sie ein bisschen zurückgeblieben hinter der Position. Und Punkt zwei, der unterschiedlich ist, die Fraktion hatte auch gesagt, wie sie sich das vorstellen mit der Entkriminalisierung der Konsumenten. Die haben nämlich gesagt, der Besitz geringer Mengen soll zur Ordnungswidrigkeit herabgestuft werden, also gar keine Strafverfahren mehr eröffnen. Im Wahlprogramm schreiben die jetzt nur, soll nicht strafrechtlich verfolgt werden. Das könnte man auch interpretieren als Auslegung der jetzigen geringen Mengenregelung, wo es zwar noch ein Strafverfahren ist, aber die eingestellt werden, häufig die Verfahren, und dann ja keine strafrechtliche Verfolgung stattfindet. Manche sagen, das ist ja schon eine Entkriminalisierung und so könnte man das hier auch verstehen. Also ein bisschen schwammig bleibt die ganze Angelegenheit. Trotzdem gratuliere ich an der Stelle mal den SPD-Abgeordneten, die sich da jahrelang irgendwie aufgerieben haben, um das im Prinzip durchzukriegen. Diese Veränderung der Positionierung der SPD. Sicherlich hartes Brot, sage ich mal, was sie da geknabbert haben. Und auch nicht nur die beiden, die ich jetzt nenne, sondern auch viele andere, aber insbesondere die drogenpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion Burkhard Blienert und Dirk Heidenblut sollten an der Stelle mal genannt werden, als die, die es wirklich geschafft haben, jetzt der Partei eine ganz andere Position irgendwie beizubringen, denn zu erklären mal, was da jetzt irgendwie sinnvoll ist. Unterm Strich ein großer Schritt für die SPD, aber leider nur ein kleiner Schritt für die Menschheit. Ja, das reicht nicht ganz als Wahlempfehlung, reicht nicht heran an das, was Grüne und Linke normalerweise in Wahlprogramme reinschreiben, halt richtig klar, wir wollen legalisieren. Aber trotzdem dürfte die SPD damit endgültig der Wunschpartner der Legalizeit-Parteien werden. Tausendmal besser als die CDU auf jeden Fall. SPD würde auf jeden Fall weniger Widerstand leisten, was Legalisierungsthemen angeht, als die CDU. Von daher, ja, auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und man muss ja auch sagen, so ganz so einfach ist das ja auch nicht bei so einem Tanker mit 100.000 Mitgliedern, die die Partei hat da, ja, es hat immer noch eine Riesenpartei. Und ja, da gehen die Dinge halt langsam vorwärts. Ja, Generationenprojekt geradezu. Man kann übrigens auch nicht erwarten, wenn jetzt eine Koalition mit SPD-Beteiligung zustande kommt, dass die selbst mit Macht ihre Reformvorschläge jetzt vorlegen und durchdrücken und so weiter. Ja, ja, angenommen, aus irgendwelchen Gründen kommt es doch wieder zu einer großen Koalition, erwarte ich nicht, dass die SPD jetzt dann hingeht und zur CDU und sagt, wir wollen ja jetzt unbedingt einen Fortschritt bei Cannabis haben. Das hat nämlich die Bundestagsfraktion mit ihrem Positionspapier auch nicht gemacht. Das haben sie schön in die Schublade gelegt und nichts weiter damit angefangen. Naja, fleißig berichtet wird drüber, die Welt, die als eher konservativ gilt, hat getitelt, Kurswechsel in der Drogenpolitik, Cannabis-Legalisierung rückt näher. Ob es der Union passt oder nicht, ja, sehr schöner Titel. Oder die WAZ hat eben diese programmatische Neufassung bei der SPD zum Anlass genommen, die Cannabis-Politik der Parteien insgesamt zu vergleichen. Cannabis ist Wahlkampfthema, das ist die Quintessenz der ganzen Angelegenheit. Da bleiben wir dran, das bleibt spannend. Alle drei Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabis-Konsumenten eingeleitet. Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 186.000 pro Jahr. Du findest das auch sinnlos? Und willst das Verbot endlich beenden? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Einfach online anmelden unter www.handverband.de Slash unterstützen. Link in der Infobox. Nochmal kurz für einen Nachtrag zu letzter Woche. Da hatte ich ja berichtet über Daniela Ludwigs Präventionskampagne Mach dich schlau, wo jetzt die zweite Runde angesagt war. Die Kampagne geht weiter mit irgendwelchen YouTube-Videos, die sie da im Prinzip auf einer neuen Mach dich schlau TV-Seite untergebracht haben. Ich hatte berichtet, es gab jetzt noch andere, die das Thema nochmal aufgegriffen haben. Konkret möchte ich nennen Walulis, den YouTuber, der sich damit befasst hat. Und mit dem Titel Drogenbeauftragte Daniela Ludwig blamiert sich erneut, bis er ja 260.000 Zuschauer erreicht hat. Erst da habe ich erfahren, dass nicht nur Mailab sich distanziert hat von der ganzen Geschichte, deren Cannabis-Video ja gefeatured wurde auf dieser Seite, sondern noch jemand anders und dazu kleiner Ausschnitt aus dem Walulis-Video. Der Verdacht hat sich erhärtet. Auf dieser Webseite, da gibt's keine eigenen Inhalte. Nur mehrere Monate oder sogar Jahre alte Videos. Und deshalb wird die Kampagne auch kritisiert. Zum Beispiel vom Journalist Hubertus Koch. Auch eines seiner Videos über die eigene Cannabis-Sucht ist auf der Webseite zu finden. Dass sie jetzt sagen, jo, die große Aufklärung. Nee, ihr kauft euch einfach Videos von Leuten ein, die wirklich einen Check haben. Und das ist doch nicht eure Arbeit. Also das ist ein lächerlicher Versuch von Drogenprävention. Ja, von dieser katastrophalen Neuauflage, der Macht-die-Schlau-Kampagne abgesehen, ist Daniela Ludwig diese Woche aufgefallen, weil sie die Einigung in Baden-Württemberg von Grün-Schwarz auf eine minimal liberalere Cannabis-Politik scharf kritisiert hat. Und hat gesagt, eine bundesweite Einigung, das will sie zwar auch, aber ist für sie nur denkbar bei den restriktivsten 6 Gramm. Ja, die haben zwar viele Bundesländer, aber was Restriktiveres gibt's nicht. Also 6 Gramm, die härteste Kante, die wir irgendwie haben im Vergleich. Ja, nur darauf können wir sich einigen. Dann wäre das in Ordnung mit der bundesweiten Vereinheitlichung. Und komischerweise haben einige Zeitungen das verstanden und getitelt als Kompromissbereitschaft der Union und von Daniela Ludwig, nicht, dass man sich da irgendwie entgegenkommen könnte. Obwohl sie sagt, ja, die härteste Grenze für ganz Deutschland. Bisschen merkwürdig. Letzter Punkt. Es geht wieder los mit der Guerilla-Growing-Saison. Und für die, die vielleicht nicht schon seit ewigen Zeiten hier bei den DHV-Neos zugucken und keine Ahnung haben, was Guerilla-Growing sein soll, da geht's um Menschen, die bewusst Hanfsamen einpflanzen oder verteilen irgendwo, um die Stadt zu verschönern mit Schicken-Hanf-Pflanzen. Also jetzt nicht die potenten, was bei sich von der Samenbank in Holland oder Spanien oder so, wo ordentlich THC drin steckt sozusagen, die aber auch viel zu teuer sind für so eine Aktion letztendlich, sondern die Leute nehmen dann eher aus dem Reformhaus ganz normale Knabber-Hanfsamen. Die gehen zum Teil auch noch auf. Sind natürlich dann auch nicht gefährlich. Ja, ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie zufällig Leute, die das pflücken und rauchen, tot umfallen oder so oder auch überhaupt nur berauscht sind. Ja, geht gar nicht mit dem Hanf. Aussehen schickt, tut das trotzdem. Die Leute machen das. Steht regelmäßig ständig in der Zeitung, ja, wenn irgendwo in der Stadt das wieder losgeht. Allein deswegen machen die Leute das, um eben diese ganze Diskussion um Cannabis am Laufen zu halten und ja, den Leuten mal zu zeigen, das ist eine hübsche Pflanze, ist vielleicht auch, aber man muss eben auch dazu sagen, das Ganze ist illegal. Ja, da hatte ich jetzt gerade noch mal ein Gespräch von jemandem, der das gar nicht wusste. Ja, der sagte, ja, ich will auch mitmachen und so. Ist ja nur Nutzhanf, ist ja legal. Nein, das ist nicht der Fall. Cannabis ist verboten, also Hanf, die Hanfpflanze ist verboten. Und da sind nur ein paar Ausnahmen definiert. Und was den Anbau angeht, dürfen Landwirte halt anbauen und ja, sonst niemand. Zu wissenschaftlichen Zwecken vielleicht noch. Aber Privatpersonen, die Samen durch die Gegend werfen, damit die keimen und wachsen die Pflanzen dann, die bauen ja auch an gewissermaßen und das ist nach wie vor illegal. Dafür gibt es keine Ausnahme im Betäubungsmittelgesetz. Das ist eine Straftat. Insofern nicht nachmachen. Wir berichten hier natürlich, weil es in der Zeitung steht, wie wir über alle Hanfsachen berichten, die in der Zeitung stehen sozusagen, ja, die irgendwie gesellschaftlichen Wind machen. Dazu gehören auch die Gewillagrower. Und jetzt hat es eben Frankfurt höchst erwischt. Die erste Meldung dieser Saison, da kommen sicherlich noch mehr. Und an mehreren Stellen des Stadtteils höchst sind eben diese schicken Hanfpflanzen in Blumenkübeln an belebten Plätzen entdeckt worden. Auch daran sieht man, es ist ein Unterschied zu denen, die sich selbst für einen Eigenkonsum Hanf outdoor auch anbauen, vielleicht irgendwo im Waldstück. Die sind natürlich dann versteckt, die haben, es keiner findet bis zur Ernte und so. Und das sind halt Hanfpflanzen, die mitten in der Innenstadt irgendwo aufpoppen. Das in dem Fall weiß der Journalist, der darüber schreibt, von der Frankfurter Neuen Presse scheinbar auch, wer das ist. Vielleicht gibt es auch irgendwo ein Buchennerschreiben. Das wird im Artikel nicht so ganz klar. Jedenfalls ist der Urheber ein gewisser Hanfdampf in allen Gassen, so nennt er sich. Und das Ganze will anonym bleiben. Und das Ganze bezeichnet er als Kunstaktion. Und er protestiert damit gegen die Schwarzmarktdealerei in den Altstadtgässchen da in Frankfurt höchst. Ich nehme mal auch an, dass eine Legalisierungsforderung da mit dranhängt, sozusagen, dass eben nicht mehr in den Gassen gedealt wird, sondern in anständigen Geschäften. Aber auch das geht nicht so richtig aus der Sache hervor. Dafür ist ein hübsches Bild dabei von schönem, frischem, grünem Hanf in Pflanzenkübeln in Frankfurt höchst. Und das war's für heute. Damit bin ich bei den Terminen angekommen. Und noch mal erwähnt, ja, Last Call, jetzt wird's nie wieder erwähnen, den GMM 2021. Das, der bevorsteht, jedenfalls nicht. Samstag, 15. Mai. GMM, echte Demo mit echten Leuten, ohne Kamera, zwischen euch in Halle, Tübingen, Nürnberg, Frankfurt, Heidelberg, Braunschweig, Duisburg, Regensburg und Karlsruhe. Ja, und dann haben wir noch ein paar DHV-Ortgruppentermine. Klönschnack in Hamburg, Dienstag, 18. Mai. Samstag, 22. Mai, trifft sich die Ortsgruppe in Oldenburg. Die sind recht frisch, noch nicht so lange am Start. Rhein-Neckar, Dienstag, 25. Mai. Und noch mal Hamburg, Dienstag, 25. Mai, der Klönschnack. Die Termine, alle wieder online, mit Kamera zwischen euch und so. Aber auch das wird irgendwann zu Ende gehen. Hoffe ich, bessere Zeiten sind am Kommen, sozusagen. Dafür gehen jetzt die DHV-News hier. Gebt mir ein Like auf dieses Video, wenn euch das gefallen hat. Wenn nicht, dann eben nicht. Ja, dann abonniert ihr halt den Kanal, ist auch gut. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen geruchsamen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020